Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft at War zusammen mit mir und mir und mehr sind nicht dabei, also mein Bruder Robin und der Heiluka der ist verhindert, entschuldigen wir uns dafür und jo mal gucken wo wir hier weiter machen, ich habe auf jeden Fall Hunger, Hunger, Weizen habe ich hier gerade schon rausgenommen, so und du hattest doch letztes Mal hier echt gute Sachen gefunden hier unten, richtig wir haben jetzt hier unten angefarmt da ist aber noch nicht gewachsen würde auch direkt mal hochgehen an die Oberfläche um was zu essen holen ähm, das ist ne gute Idee vor allem Fleisch und so n Kram sind ja eigentlich relativ geschützt denk ich mal und Lech ja sowieso keiner auf dem Server weiter oh, ich brauche Lava ja, stimmt Lava also, es gibt wohl irgendwie, das ist noch nicht so ganz äh, fest mit mir hat ja keiner drüber gesprochen noch nicht, also es ist es ist wohl so, dass man jetzt hier nicht direkt am Anfang schon angreifen kann, ich versteh nicht uh ach das, du hast aber einen ganz schlechten Ping, ne du hast einen schlechten Ping ne, ne ich bin der obere ich bin der obere ich bin Danger 36 ja ich bin BLN Danger 36 ach egal, scheiß drauf solange es läuft wie viele Balken hast du denn? ich hab das gar nicht in Balken also bei mir ist voll angeblich bei dir nur einer, so in etwa hier sind beide voll gerade ach, hier war die Lava genau, Lava brauche ich muss man nämlich in den Mace Raider packen mal ne Fackel damit hin, boah, das nervt aber das mach ich gleich noch weg so geiße, womit tut man doch mal Schafe füttern? Schafe? ja das weiß ich auch nicht achso, jetzt geht er los, alles klar haben wir denn irgendwie Kohle? ist ja auch Mangelware kannst du da unten fahren es sei denn ich mach jetzt ein Electric Furnace Electric Furnace oh, was braucht der alles? ich hab einen Hund gefunden, verdammt Eisenofen ok und ein Kreislauf oh, da braucht man wieder so einen Generator und dann braucht man wieder einen Kreislauf und, boah, nervt was man da alles braucht hier, ey oder ebenso dann brauch ich da wieder Kupferkabel was wir bestimmt nicht haben doch, links oben in der Kiste zehn Stück, die reichen sogar yo Refined Iron und Redstone ey, wir haben doch sogar noch hier so eine Zelle dann brauch ich da nur ein Iron Furnace warte mal ich guck jetzt mal nicht, dass wir den auch schon haben ja, so ne, hier sieht nicht so aus brauch ich jetzt was war denn das für Eisen? ganz normales war das nicht irgendwie Mangelware Eisen? das war doch auch so ein Problem, oder? ja ich dachte wir hätten da beim letzten Mal einiges gefunden hab ich auch ich hab das schon in den Ofen gepackt ach hier genau 36 oder so gewesen sein ja, ich brauch nur einen Eisen Ofen so, jetzt gucken wir nochmal das halt den Kreislauf nehm ich mit und Redstone auch dann müsste ich eigentlich alles haben so, der die beiden und der Kreislauf ein elektrischer Ofen so, und den müsste der doch eigentlich auch antreiben, wenn ich den hier daneben setze genau, dann geht die Energie hier hoch dann kann ich den Kram direkt da reinpacken dann kriegen wir das Doppelte raus yeah voll yeah Wutntai ne, Moment äh, achso, hier hab ich den Kreislauf drin gehabt hast du denn schon so ein bisschen Fleisch gefunden und so n Kram? ja, ich sehe Haufen Schafe, aber die will ich nicht alle töten ok ok Gold Kupfer macht der grad nicht ja so, und genau, dann kann ich jetzt direkt den Weg da unten mal Skelett boah, ne genau da ist ein Skelett haben wir nicht einen Bogen wahrscheinlich hat du hast wahrscheinlich einen im Inventar, oder? nein nur ach, da war das der Luka warte mal, das ist vielleicht auch wenn wir jetzt auch immer die ganzen Kisten, ne elf Glas die setze ich jetzt mal hier rein so so, dass man ein bisschen mehr Schutz hat nehm doch das Schwert so ja, genau ja, genau, ich hab's gewusst ich hab's gewusst toll, dann töte den doch geil na klar bin ich am spawn boah, tschüss Tobi und es ist dunkel hm geh ich mal kurz nach Hause und holen deine Sachen wenn ich weiß wo das ist ja, unten, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben in der Nähe, also nur Treppe runter da wo die Lava ist bei der Mine, oder was? ja, ja, geh einfach unten ins Lager was, kann ich hier schon abbauen? ich würde mir nämlich jetzt ein Schwert machen weil ich hab Angst Angst war echt geil, ey wieso haben wir auch nichts zu essen, ey wir hatten jetzt Angst gesagt, der war anders ja ich dann ist voll irgendwie jemand anderes komm schon Creeper, du hast mich noch nicht gesehen so genau so ja genau und so auch boah halt erst, muss ich doch das Holz verarbeiten auch wenn das jetzt blödsinnig ist gab es eigentlich Holzschuhe? ne ne, Holzrüstung, das war Leder war das billigste lol Holz ich dachte bloß, du hast es grad probiert ja, ganz kurz aber nur ganz kurz ich wusste aber schon beim probieren, dass Blödsinn ist ja, manchmal so ist das mit Minecraft jetzt hat der Creeper mich, nein oh nein, ich verhungere oh ich bring ganz viel Fleisch mit oh, die blöden Skelette, ne ich hab gehört in 1.9, wenn man die Köpfe von den Monstern aufsetzt, dann sind diese Monster nicht mehr auf dich fixiert ja, das wär boring ja, aber wenn du mal überlegst, wenn du einen Technik packt zockst du mit richtig vielen verschiedenen Monstern also mir ist es eigentlich völlig egal so, 13 Steaks hab ich schon denk dran, wenn du bei uns Tiere findest, lass da wenigstens welche übrig wir haben leider noch keinen Weizen, ne ich hab einen Samen gefunden ja gut, wir pflanzen ja gerade noch Weizen an unten hey, das ist hier Radieschen sind das echt? ja ich hab doch für ein Brot gemacht hä? wir hatten doch gar keinen Weizen doch, ich hab draußen Weizen geholt das findest du auch bei der ganz normalen Wiese, ne die Radieschen ist wahrscheinlich nur ein Zusatz hier von dem Modpack und Pilze, haben wir eigentlich Fliegenpilze? oh scheiße, ich hab noch einen hab ich noch, die können wir züchten ich hab mir grad drei Suppen gemacht weil hier gerade richtig viele sind Suppen sind auch gut, am besten wär ja wieder eine Kürbisfarm, ne? ja, Spinner Melon meinst du? äh, Melon? ne, Kürbiskuchen wo wir die auf unserer Karte, wo ich die ganz viel hingesetzt habe weil die so richtig effektiv sind hat der ne Rüstung an der Zombie, das wär aber cool, wenn du mir die geben könntest ja, der hat auch grad einen getötet, aber der hat nichts gedroppt ne, ist auch nichts dabei du hast grad ein bisschen laut reingeschnaubt oh so, ich denke mal mit über 30, boah, jetzt wird's aber echt ein bisschen viel bin ich schon wieder das Sterben nein oh, er lauft bloß weg oh hab ich ein Schwein? oder auch nicht? nein, man, haut ab und tot wer, du? nein, du boah und hier baut sich gerade die Karte nicht auf und jetzt hab ich Hunger aber rohes Fleisch ist ja auch zur Not drin ich müsste mal die Koordinaten wissen wobei ich glaube, ich ich weiß einfach nicht, ob wir in die Richtung oder in die gerannt sind beim letzten Mal ich weiß nicht, hab mich verlaufen, ey, war wie ja so typisch, ne? ja, jetzt muss ich noch mal gucken, wo der Ausgang war, wir sind nämlich nur geradeaus weggelaufen was, Sonny? das ist Team Rot, dann war hier Team Gelb, oder? genau dann sind wir in die Richtung ja, wir haben ja auch so schöne Betten beim letzten Mal dahingestellt und sind nicht mal schlafen gegangen vorher doch, ich schon ja, aber ich nicht ja ich glaube, ich hab noch gesagt, ja, ins Bett legen wir uns dann in der nächsten Folge sinnlos weil zu viel Zeit dazwischen, hab ich vergessen weißt du, wo unsere Koordinaten waren? ich bin da gerade auf dem Weg dahin ja ja hä, das ist doch noch nicht kaputt was war denn das jetzt für ein Mist ey das sind nämlich auch Kühe boah, hier ist ein Haufen Schweiner oh, ein Coutripper oh, ein Coutripper so, hier sind noch zwei Kühe, die lass ich, ne, da ist noch eine ist gar nicht so weit weg von uns, Schweine sind hier en masse um unsere Basis herum wenn, was heißt, na gut, ist eigentlich schon ne Basis genau, die Stelle eigentlich gar nicht mal so schlecht oh shit bin ich denn jetzt gelandet, ey ja, dann haben wir das aber wenigstens hinter uns ich hab nämlich vorhin schon so im Hinterkopf gehabt wir müssen auf jeden Fall noch Essen besorgen das kann ich ja gleich auf dem Weg dahin machen boah, hier ist ein dunkles Schaf ein dunkles ein braunes Schaf wo waren unsere Koordinaten? Bei irgendwas 400, ne? ich bin grad auf dem Weg dahin ah, genau, hier sind wir das letzte Mal raus schon wieder Hunger so jetzt weiß ich gar nicht, wie wir vorhin durch den, äh Minecraft Crash Zeit verloren haben Weiß ich auch nicht Wollen wir dann hier mal nen Cut machen oder so? aber ich denke, hä? 35 waren wir auf dem Server ähm ach, da hinten, ah, alles klar ich glaub ich weiß es aber komm jetzt lass ich trotzdem mal noch ein bisschen was hier von dem komm ich hab ja so nen Riesenbaum gefunden ein Riesenbaum? ja ich weiß nicht, ob das hier mit drin ist aber ich glaube, bei manchen gibt's unten Kisten unten drunter dran sind da irgendwie Spinnweben mit dran? am Stamm unten das glaub ich glaub ich ne Kiste hier ist nur so aus ich hab mich ja komplett verloren hier so, also, unsere Koordinaten sind bei find ich so geil, da darf ich die dann gleich wieder weg cutten warte mal, wo sind sie denn? ne boah, das ist ja doof, ey ich weiß nicht, wo der Eingang ist hast du den Eingang offen gelassen? nein das ist natürlich schlecht er gibt mir trotzdem einfach die Koordinaten also ich bin bei minus 630 160 ganz normal oberfläche Z 160 minus 160 Z bei Z minus 500 scheiße, wo war denn jetzt der Eingang hier? war der hier? ah ich hab ihn sehr gut, oh ich lasse den auch mal offen oder ja so halb offen wobei so kann ja was rein ach leck mich am arsch doch nicht so günstig so ja was war x minus 640 so zurück im lager den multi kookern hätte ich auch gern da unten ne wieso mache ich die ganze zeit screenshots oh meine sachen wolltest du holen ja ich war nur noch gar nicht zu hause und die hole ich noch ganz schnell ich hoffe ich hoffe die sind noch da ich glaube es fast nicht hier ist ein krank fehler wie soll ich denn jetzt hier rüber kommen doch das zeug ist noch da ist ein krank fehler da musst du drum herum laufen der dorf ist wie weit es ist oder läuft einfach durch er hat das packt so um ja das ist natürlich gefährlich ne wo ist das blöde skelett eigentlich hier was mich getötet hat du dreck sau da ist ein baum gewachsen sehr schön gummibaum so ich halte es dann mal hier noch den generator an copper ohr so leckt der server ne geht eigentlich ich würde aber sagen hier ist dann erstmal cut für heute ja das halb sich aussammeln egal bedankt fürs zuschauen und sagen dann mal ja wir sehen uns dann im nächsten part ne tschüss 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 tschüss